So, hier sind wir im Möfenpick in einem Familienzimmer-Duplex. Hier oben ist Platz für zwei Personen zum Schlafen. Und hier unten ist dann auch nochmal Platz zum Schlafen da unten. Dann geht man hier eine Treppe runter. Dann ist hier nochmal eine kleine Sitzgelegenheit. Und wenn man hier dann rausgeht, man einen ganz, ganz tollen... Hallo Rana, oder? Ich würde da wieder sehr zusprechen.